Ich bin einfach nur furios Und Dämonia de la vez no Vielen Dank für deinen Follower Also wer mitspielen mag, wir haben noch zwei Plätze frei Wer sich den Hass geben will Mir hat das Hals gerade geholfen meine Treppe zu streuen Von daher passt das heute schon Arschloch Out of nowhere Arschloch Also ich fühl mich ja nicht angesprochen Weil ich hab ja nicht mein Item Alter Ich hatte ne Münze, mich kontern nicht mal Hallo Oh, wer hat denn hier ne Bombe ey Ja, für alle die mir die grünen abgeschossen haben Alter Jeder der hier neu reinkommt Der ist noch mehr behämmeter als die die vorher da waren Oh, was lag da denn alles für'n Scheiß Du wärst denn gegen den Wackelkopf hier geflogen In mir Hey Boah, als hätte der Nico auf mich gewartet ey damit Boah, als hätte der Nico auf mich gewartet ey damit Boah, die Bombe mein Gott Der Steine hat sich vorrentiert Ohhhh, als der Kante Uiuiuiuiui Nico, ich hab doch was Da steht dein Name drauf Äh Da stand dann Schulle drauf Äh Ich wollte grad sagen, da stand Schulle drauf Eindeutig Sorry Jetzt wird's die Leitung Ich geb dir gleich sorry, Alda Hahaha Spüre den Namen Schulle, ich komm auf die Triffsabrotour Ey, da liegt ne Banane, wie frech ist das denn? Ach Mensch Mann, ist Honig Nicht mit mir Nö, nö Heute heute nicht Boah, die grüne, Alda Ohhhh Ohhhh Sie hat mich nur, wir haben eine Pilze geklaut Uuuuuh Oh, die werde ich nicht schaffen Weg hier Oh Gott, Junge Hä? Alter Ohhhh Liko, du hast Die Hapsel Was? In der Luft, bitte nicht Sauber Hey Boah Ich wurde gehupt, dafür kann ich nichts Ja toll Ich werd hier von Boah, was ist das denn, Alter Ich werd nur auf 6. wegen der blöden Hupe Ich bin 7. geworden Weil Sanko der Arsch die rote Reichen geschossen hat Ja, einmal im Leben sollte es was geben Warte mal Der Marcel hat das letzte Mal auch freiwillig Ninja Dojo genommen, oder? Ja Die Zeiten haben ihn geändert, seit Freitag ist er ein total anderer Mensch Zeiten ändern dich Ja, der Freitag, der hat sich auf den Felz gebrannt Der war anders Aber hey, reden wir nicht darüber Tschulde Ah, du bist ein blöder Hund Wuff 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 Oh Scheiße, der war super Der war gut Scheiße, ich muss weg hier Bibi, warum schweißt du die rote nach hinten? Ich hab's nicht nach hinten Doch Du hast nach hinten geworfen Du hast nach hinten geworfen Ich hab's genau gesehen Ich wollte Niko hinterher schmeißen Ey, ey Bibi 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 Ich bin hier gehört Sonst würden wir uns hier nicht aufhalten Sorry, Peter Ich hab mit 2700 zu 6900 Irgendwas Okay Ein leichter Defizit, ich merk schon Das ist nicht mehr lang Wer schubst denn hier so? Nein, ich meine zwischen dir und mir Achso Ja, ja, klar Ein ganz kleiner Hallo, ich hab angefangen mit dem Spiel Ihr habt mich jedes Mal abgezogen Wie ein Penner Achso Naja Das sollte er sich auch nie mit dem professionellen Hütchenspieler einlassen, ne? Oh, ey Alter Sprichst du aus Erfahrung in Spanien, oder? Wie? What the fuck, was hab ich denn auf dem ersten bekommen? Eins oder zwei spanische Worte, die er kann Hey No No Ey Marcel, musstest du mich da unter den Felsen schubsen? Ich bin noch gar nicht da Doch Wir waren direkt nebeneinander und du hast geschubst Ich hab Feder bei der Datenüberzeugung gehabt Eben Ich sitz hier einfach nur So Toll Das war sein Bot Das war sein guter Bot Ich sag doch Mein Bot ist brutaler als ich Mein Bot Mein guter Bot Es gibt auf der Welt Oh je Mein Anni Entschulde Ich will zu Keine Ahnung Ich wollte einfach Schülle sagen Oh Alter Nico Alter Aber Bibi 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 In rja Er hat gemeint, ich bin ein geiler KTi-Fahrer und gehe mit 90 kmh in eine Kurve, die du eigentlich nur mit 40 kmh fahren solltest. Achso, welche kenne ich auch. Deswegen fahre ich ja so gerne schnell mittlerweile. Ich habe halt damals einfach den Stickel mitnehmen können vom Straßenrund. Den wen? Den Stickel. Was ist das? Den Leitposten an der Seite. Achso, ja. Stickel ist wieder umgangssprachlich, wa? Was? Entschuldigung. Fick dich. Also, ihr passt ja nicht wundern, hier sind richtig asoziale Menschen drin. Aber... Du hast das gerade auf eins. Bitte? Bitte? Ich verstehe es gar nicht. Das sind Items, die wünsche ich dir am Ende. Natürlich. Zu Unrecht, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Alter, die Grünen. Das ist ein wässliches Stück Kot. Boah, wie ich einfach durchgenommen wurde. Was ist denn das? Zwölfter. Das letzte Rennen nochmal 15 Punkte gemacht, das ist okay. Ey, und deswegen bin ich nur Vierter geworden? Was ist denn ein Scheiß? Ey, drei Einser, da muss ich erst noch lange machen. Naja, Semkron schon auf eins. Wani mit mir auf vier. Dardo auf sechs. Nicht auf sieben. Anni auf acht. Bibi auf neun. Marcel auf zehn. Sebastian auf zwölf. сяч w Brett rollen. Oh, mas Jing.